Wir haben ein Häuschen gebaut und wir sind auf der Suche nach einem Kachelofen oder einem Grill für die Terrasse und so was. Wir sind hier auch schon richtig gut fündig geworden. Das macht richtig Spaß und es wird auch richtig angenommen und das ist eine tolle Sache. Wir sind einfach wieder gegangen, weil wir ein paar Jahre nicht mehr gewesen sind und vor allem, weil es wirklich mit dem Ruhm mit dem ganzen Wetterzüge interessant ist und einfach eine Abwechslung und schlechter Wetterung. Es gibt vieles, aber konkret so haben wir nichts. Wir sind so Aha-Löte, wenn es etwas gefällt, aha, das ist es. Für uns ist die Dornbirner Messe seit Jahren eine Traditionsveranstaltung, wo wir also ohne spezielle Absicht herkommen und einfach genießen, das Angebot, das gastronomische Angebot, ja. So ist das. Trotzdem schon was gefunden, was interessant sie könnte vielleicht? Ich könnte eventuell ein kleines Wohnmobil in der Richtung, Camping, wäre nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.